...der DKP-Mann. Du hast auch gar keine DKP-Mann gesagt. Das interessiert mich auch gar nicht, der DKP-Mann. Aber du wirst doch die Änderung. Du sagst doch selber, du findest die Idee des Kinder... Du findest den Kinderladen Dufte, ja? Ein Baum ist den Kinderladen Dufte, ja? Evolutionär werden wir diese Gesellschaft ändern. Das ist keine Sache, die morgen passiert. Das war die Illusion der Leute, die 1965, 1966 auf die Straße waren, obwohl das auch eine wichtige Sache war. Aber das wird nicht morgen passieren. Das ist eine Entwicklung, die wahrscheinlich noch 100 Jahre geht. Und in diesen 100 Jahren... Ja, und diese 100 Jahre willst du permanent unterstützen, dass die Unterdrückung weitergeht, indem du für dieses System arbeitest, ja? Du arbeitest für den Unterdrücker und nicht gegen den Unterdrücker, weißt du das? Das ist deine Meinung. Ja, aber natürlich. Für wen arbeitest du denn? Peter Meise, ja? Ja, aber natürlich. Ich kann die Geschichte auch andersrum erzählen, ja? Aber ich hab da keine Lust zu, weißt du? Nein, ich meine, im Ergebnis kommt es auch selber raus, ja? Weil es sinnvoll ist, in den Medien, ja, alles zu erzählen, wie man in Medien arbeitet. Das muss man auch mal lernen, verstehst du? Guck mal, für wen arbeitest du denn? Du kannst doch nur echt objektiv nicht bestreiten, dass du nicht für einen Kapitalisten arbeitest. Für wen sitzt du denn hier? Meinen Sie, das Fernsehen ist nicht auch ein kapitalistisches Organ? Ja, prima. Das sind wir nämlich an der Frage, ja? Das, was er jetzt sagt, sagt er für die Zuschauer und nicht für irgendwelche Fernsehposte. Das wird dir wohl auch klar. Guck mal, das Fernsehen hier, ja? Wir haben uns überlegen, welche Funktionen er hier in dieser Runde hat. Das Fernsehen hier, darüber bin ich mir völlig im Klaren, ja? Und darüber können wir jetzt ganz objektiv reden, ja? Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung, ja? Wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja? Und was passiert objektiv? An der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Fernsehen ist ein Unterdrückungsinstrument in dieser Massengesellschaft. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... So, jetzt können wir weiter diskutieren. Warum ich habe die Zeit, um dass es ein gutes Zettel wird? Besser wäre gewesen... Die Mikrofone brauche ich für Leute, die in den Jugendstrafanstalten sitzen, ja? Und dann kann man da mit den Augen drüber halten, das ist ja, das spielt ja.